Ich bin Jan, das ist eine coole Mütze, das ist der Schwarzwald, Tottnau genauer gesagt und das ist die Gipfelstürmer Truppe mit der ich auf den Feldberg ziehe. Da geht's hoch. Uiuiui! Erstmal kommt ein schicker Wasserfall, da fällt Wasser. Er heißt tatsächlich pahler Wasserfall. Naja, das ist das Fahren. Schöner ist sowieso das hier, alles was irgendwie mit Schoko und mit Kuchen und mit Eis zu tun hat. Weiter geht's mit Kühen und Rindviechern zum Feldberggipfel. Wetter nicht so geil, Aussicht gleich Null. Immerhin gibt's auf dem Weg runter ein paar Highlights. Eine krass verrückte Burgruine, eine Instagram-taugliche Straße und ein Salamander. Fazit, Schwarzwald ist geil, Urlaub in Tottnau macht Spaß, kann ich nur empfehlen. Los geht's!